hallo zusammen heute mal ein lustiger oder halt nicht negativer sondern positiver bug in meiner hinsicht ich fand es gut also bei mir war es so dass wenn man zum lager kommt ist ja schon mal die produktion angehalten man muss also dann vorräte besorgen kriegt dann 500 xp dafür ein bisschen materialien manchmal zwischen 56 78 manche ich glaube es kam auch schon mal 20 materialien dazu und in dem bug war es so dass produktion angehalten nicht verschwand also man konnte unentwegt ohne pause immer hintereinander neue vorratsmissionen machen das heißt also im eigentlich 35 minuten länger dauert dass er nicht takt konnte man die 500 xp einsammeln mit zusätzlich materialien und ich habe das jetzt glaube ich 10 15 mal meine ich gemacht dann war der balken oben für produktion quatsch für produktion sei schon für materialien war dann auch schon voll also hatte ich dann keine materialien mehr zusätzlich gekriegt weil der ja schon voll war es gab zwar immer noch die 500 xp die ja dann im outlaw pass dann richtig boosten weil ich glaube man braucht immer 2000 für eine stufe also das war mal richtig cool jetzt durch die paar missionen hintereinander wirklich jedes mal 500 xp zu bekommen zusätzlich den materialien also es gibt nicht immer nur schlechte bugs das war jetzt mal ein guter ich hoffe allerdings wenn ich wieder online gehe dass dann die produktion auch wieder weiter läuft weil dann wäre es auch wieder blöder bug bis dann tschüss